Guten Morgen, heute mal eine ungewöhnliche Perspektive, aber ich bin gerade aufgestanden und ich möchte euch was mitteilen oder euch von meinen Erfahrungen berichten bezüglich einer Sache, die sicherlich für die meisten Menschen sehr sehr interessant ist und das ist das Zwischenmenschliche. Ich habe heute Nacht mit einer Person verbracht, die ich sehr auch sexuell anregend finde und trotzdem haben wir keine Sexualität vollzogen, obwohl es mir sicherlich ohne weiteres möglich gewesen wäre das zu forcieren. Und warum habe ich das gemacht und was leitet sich daraus ab für ein generelles Mindset, was ich euch präsentieren möchte, was euch im Zwischenmenschlichen Bereich sehr sehr helfen wird. Und zwar folgendes, wenn wir mit anderen Menschen zusammenkommen und auch durchaus noch in der Zeit sind, wo wir Sexualität verspüren können und Sexualität leben möchten, ist es so, dass wir häufig unsere Bedürfnisse sehen. Wir sehen unsere Bedürfnisse und wir sehen gar nicht den anderen Menschen. Wir sehen jetzt mal in dem ganz konkreten Fall, wir sehen eine Frau, die sehr sehr attraktiv ist. Zumindest meinem Geschmack entsprechend. Und normalerweise früher hätte ich einfach alles daran getan, wie kann es dazu kommen, dass wir Sexualität haben und so weiter. Und das war so in 20er Jahren so, also in meinen 20er Jahren. Und ja, aber da entsteht immer wieder, das ist eine ganz einseitige Sache, das ist ein einseitiger Energiefluss. Du willst was erreichen und entsprechend entsteht da so unbewusst auch so ein bisschen so ein Manipulationsverhalten. Was kann ich tun, damit ich mein Ziel erreiche. Und da ist immer mein Ziel dabei, was ich erreiche. Und das Ende vom Lied ist. Und das kann man natürlich nur dann, auch als das erkennen, was es ist, wenn... Draußen kommt gerade Rasenmäher. Ich hoffe ihr könnt mich noch hören. Oder ich machs Fenster zu. Keine Ahnung. Ja, jetzt habe ich meinen Vater verloren. Letztlich kommt es dazu, wenn du deine Ziele und das, was du möchtest, überpriorisierst und danach handelst, dass du nicht im energetischen Gleichgewicht sein wirst. Das bedeutet, nach der Nacht oder nach der Sexualität fühlt sich das irgendwie nicht gut an. Und nicht unbedingt jetzt für die andere Person, sondern auch für dich. Das fühlt sich irgendwie komisch an, weil oftmals war einfach noch nicht die Zeit dafür. Die Energien haben nicht so geschwungen, dass Sexualität der natürliche Verlauf dieses Abends gewesen wäre. Und dahin zu kommen, nicht mehr sich selbst wahrzunehmen, sondern auch nicht nur den anderen wahrzunehmen. Viele machen sich von anderen abhängig und sehen nur den anderen. Sondern dieses gemeinsame energetische Konstrukt, was da aufgebaut wird. Wir bestehen aus, wir sind Energie. Wir sind Energie. Und das kann man auch mittels verschiedener Verfahren messen. Die Kirillian Fotografie ist z.B. ein interessanter Punkt, wo man Energien messen kann. Es gibt aber auch ganz viele andere Möglichkeiten Energien zu messen, z.B. Wärmespektrenanalyse usw. Wir sind alles Energie. Und wenn zwei hochenergetische Körper aufeinander prallen, also nicht sexuell, sondern generell, man bewegt sich in die Aura des anderen rein, dann entsteht etwas. Energien sind ja so wie Wellen. Wenn etwas sich angleicht oder wenn du einen Stein ins Wasser wirfst und dort in den anderen Stein ins Wasser wirfst, dann sind das ja so verschiedene Wellen. Die prallen aufeinander und die werden dann irgendwann zu einer gemeinsamen Welle. Aber das ist ein Anpassungsprozess. Und wenn man diesen einfach übergeht und seine Welle so stark macht, dass man die andere einfach wegspült, dann wird der andere nicht mehr wahrgenommen. Und das bedeutet bei Persönlichkeiten, bei Menschen, die ja auch irgendwo immer ihr eigenes Ego haben, wenn du dann einen wegspülst, dass er sich daran dann nicht mehr fühlt, dass er das macht was du, wozu du ihn gebracht hast, dann kann das nicht gut sein, dann wird es auch nicht gut sein. Ich glaube und ich hoffe, dass er da mit mir mitzieht. Und entsprechend finde ich es einfach wunderschön, dass ich die letzten Jahre, Jahrzehnte kann ich noch nicht sagen, aber die letzten Jahre innerhalb der Kontakte mit Menschen, ich würde das jetzt gar nicht mehr auf Sexualität beziehen ausschließlich, tatsächlich diese Energie des anderen versuche zu spüren und im Gleichklang mit diesen Menschen zu kommen. Und zwar auf einer absolut gleichen Ebene. Und auch wenn ich die Lust habe, mit einer Frau Sexualität leben zu wollen, und sie liegt neben mir, breit und willig, zumindest wenn ich das wollen würde. Ich aber spüre, hey, nein, das ist ein ganz subtiles Gefühl, nein, das wäre es nicht. Also Sexualität in diesem Moment, sondern es fühlt sich angenehmer an, einfach zu reden, einfach angenehm, auch zu streicheln und vielleicht auch zu küssen und so. Und dann schaut man immer genau, wie ist die Energie? Möchte derjenige das oder möchte derjenige das nicht? Oder diejenige? Das ist ein Prozess, den man, also dieses auf seine Intuition hören und diese Intuition erkennen, der lange braucht, wie jede Persönlichkeitsveränderung. Weg von seinem Ego, hin zu diesem Spüren des Anderen. Und die Frau, die nun ja auch nicht mal jetzt hier in der Wohnung zugegen ist, hatte mir heute früh dann noch etwas gesagt, was dann auch dazu geführt hat, dass ich eben, dass ich eben dieses Video jetzt hier auch mache. Und sie sagte mir eben, Christian, Menschen wie dich müsste es viel mehr geben. Und ja, ich kann mich natürlich nicht klonen, aber ich kann zumindest das, was ich jetzt spüre, was diese Einzigartigkeit oder dich müsste es viel mehr geben, was das ausmacht, dass ich das einfach Video festhalte, deswegen direkt aus dem Bett, dass ich das einfach hier im Video festgehalten habe, was ich denke, was sehr, sehr wichtig ist, dass insbesondere andere Männer, die mit Frauen verkehren oder die mit Frauen, ja, also verkehren im Sinne von Frauen kennenlernen und dann hin und wieder auch vielleicht Sexualität leben, dass sie das beherzigen, dass sie nicht sich sind, ihre Bedürfnisse, sondern dass sie auf einer offenen, freiwilligen Basis sich begegnen und die Energien der anderen Person, der Frau spüren. Und dass man einfach schaut, und auch wenn man sich grundsympathisch ist, wenn man sich sexuell hingezogen fühlt, aber vielleicht ist einfach nicht der Punkt da für Sexualität. Und dann ehrlich zu sich zu sein und nicht sein Ego die Überhand gewinnen zu lassen, das ist, glaube ich, entscheidend. Und das ist ein ganz subtiles Gefühl und diese Person ist auch ganz, ganz sensibel gewesen. Sie spürt sowas und ich glaube, sie war auch sehr verwundert, dass wir keinen Sex hatten, aber sie war auch irgendwie, ich will nicht sagen, erleichtert. Aber ja, bei vielen ist das ja so die logische Konsequenz. Man fühlt sich sympathisch, man fühlt sich körperlich hingezogen, man hat erst artikuliert und dann gibt es Sexe. Nee, wenn es nicht schwingt, dann schwingt es nicht. Also nicht in dem Sinne. Wenn einfach das Reden schöner ist, und sich einfach nur in die Augen schauen, gemeinsam singen oder ein bisschen tanzen, das haben wir auch gemacht. Einfach nur das annehmen, wie der Moment ist und keine Folge im Kopf haben, so jetzt das, jetzt das, jetzt das, am Ende Sexualität abspritzen, dann gut, Tagesprogramm erfüllt. Nein, einfach leben. Was ist? Sexualität ist genauso gut, wie singen. Es ist eine ganz andere Qualität, etwas ganz anderes. Also, liebe Männer, lasst fließen, aber nicht immer nur euren Samen, sondern auch die Energien. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, euer Christian, bis morgen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.